Schicke dieses Video jemandem, der klein ist. Du kleiner Schnuffelzwerg, Mini-Mensch, Lego-Architekt, du bist mein Lionel. Messi, weil du nicht so groß bist und deshalb läufst du auch nicht so schnell. Deine Beine sind so winzig, so klein und süß wie ein Neugeborenes. Für dich sind Erbsen groß und Schnecken riesig und ich als Mensch erst recht. Du bist für mich der Größte im Kleinsein, da fällt mir noch was ein. Wenn ich vergleichen müsste, wie groß du bist, bist du circa so groß wie... wie diese Ukulele. Du bist so groß wie diese Ukulele.